Ja, also Micromanagement wäre das eine Stichwort und wir wissen alle natürlich, dass das, ich meine, manchen taugt das, aber ich glaube, es ist ein eher überschaubarer Anteil. Was mich noch erinnert hat neben Micromanagement ist halt eher so die Haltungsfrage dahinter, die uns natürlich oft beschäftigt, aber auch da möchte ich wieder mal MacGregor hineinbringen, der die X- und Y-Theorie hat, wo er einfach beschreibt, dass durch Vertrauen und durch Gabe von Autorität und Verantwortung halt so ein positiver Kreis in Ganglauf gesetzt wird und auf der anderen Seite, wenn du halt deinen Teammitgliedern nicht vertraust und ihnen eher misstraust und dann dementsprechend sie sich dann denken, naja, wird er eh schon schauen, dass du dann halt so eine Teufelsspirale in Gang setzt, die nach unten geht. Und ich habe das Gefühl, wenn du da so eine Scorecard aufsetzt und die noch mit den besten Intentions vorantreibst und da halt wirklich vielleicht noch ein paar gute Ideen hast am Anfang, die Gefahr, wie du gesagt hast, dass da dann irgendwelche Dinge oben stehen, die erstens nichts mit der Leistung zu tun haben auf der einen Seite, auch wahrscheinlich nicht viel mit dem Output auf der anderen Seite, aber du dafür den Leuten mächtig auf die Nerven gehen kannst. Ich glaube, diese Gefahr ist einfach riesengroß und das wird das Ganze dann zu einem fürchterlichen Vehikel machen, einem Werkzeug, was dir unglaubliche Unzufriedenheit ins Team hineinbringen kann und gleichzeitig aber der Mehrwert wahrscheinlich überschaubar ist, wenn du einfach es geschafft hast, eine vernünftige Vertrauenskultur aufzubauen, wo klar ist, dass die Leute an ihren Sachen arbeiten und du eben nicht davon ausgehst, dass die alle jetzt im Homeoffice zu Hause eh nichts arbeiten, um mal den Elefanten im Raum anzusprechen.